Willkommen zurück Freunde, es ist wieder soweit, ich hab ein bisschen Angst gerade, Präsidentenflugzeug, Präsident wo sind sie, ich wurde entführt, alles klar, meine Damen und Herren, ich bin der Kapitän, danke dass sie dabei sind, ja Tobi Nador ist auch dabei und der Tobi, der redet mit dem Curry nicht mehr, wir haben jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt, ein Schildfotzen-Diagramm von Tobi erhalten aus Darmstadt, wurde es per Luftpost übermittelt mit Tauben und darin ist enthalten, wir dürfen nicht mehr mit Curry kommunizieren oder wenn der Tobi etwas an Curry riechen will, dann müssen wir das im Curry mal ausrichten, ist jetzt neu, ne Tobi? Den nix auszurechnen dem Typen, oh shit, ich kann die Folge YouTube-Beef, leider give views, was? Was geiles, das macht der sogar wirklich, weißt du? Als ob ich das nie wieder vergesse. Mit 30.000 Abonnenten muss man da noch ein bisschen was machen, ne? Ja klar, oder? Das ist traurig, Tobi Nador. Hey Tobi, man, das war doch nicht ernst gemeint in der letzten Folge, da, ey. Du kannst mich mal Curry, Alter, ganz ehrlich, weißt du, du schießt mich ab, weil ich dich angeblich in deiner Konzentration störe, aber ich bin als letzter Überlebender und du schreißt dir so dermaßen eine Kartoffel ins Ohr, Alter. Auf jeden Fall, ich war der Einzige, der geschrien hat. Aber weißt du, weißt du, was viel trauriger ist? Ich hab den Tobi die ganze Zeit in Schulz genommen und alles, und das Traurige ist, ich werd noch gedischt, dann. Komm da hinten, der Dennis ist schon wieder, Alter, komm da, wir wieder auf. Das ist Freundschaft. Dennis ist der Unschuld in Person. Der Unschuld. Lär mal sprechen, du Holzkopf, Alter. Darf ich dir den Kommentar sagen? Ja, sag du mal. Warte mal, lass mal, lass mal, lass mal. Ja, komm da hinten. Boah, Alter, Digga. Wo kommt er denn jetzt her? Geh mal weg da, Bronzy, geh weg da, Mann. Ich hab 80er B, oder? Patrick, Patrick, man treffen deine Geheimratsecken sicher nicht in der Mitte. Wow, das war ja richtig nice, Alter. Ja, hab ich ja nicht mehr. Was machst du denn da, Alter? Ich muss mich so erschrecken, ey. Ja, was denn, ey? Geh doch, such dir denn eines los. Hey, ich hab da grad die Wand gespringt, das wollte ich nicht. Ja, ist klar, ey. Natürlich, frag doch Ben, er ist mein Zeuge. Was ist denn hier, was bist du jetzt eigentlich so agro, Alter? Ja. Geh dem Bibi kauf, Mann. Was bin ich so agro und klar? Warum schreit der Kevin eigentlich die ganze Zeit so? Keine Ahnung. Ah, ist der auf YouTube in, ne? Hey, Patrick, gehst du mal jetzt, bitte? Was ist los? Nimm doch dein Loch hier, ey. Viel Spaß damit. Klar, er redet über Löcher und schreit. Ah! Ja, was ist denn los hier, Alter? Halt die Klappe, kurieren wir. Sehr gute Idee. Das sind die besten Mattenplätze, oder? Okay, ich bin ruhig, alles klar. Ich bin mal gespannt. Ach so, du willst sagen, Curry, dass das ganze Team funktioniert, wie du redest. Junge, Patrick, was ist denn falsch bei dir, Alter? Hör auf Curry zu provozieren, er schießt dich sofort ab. Er geht ja nicht anders. Ist ja das wenigstens in Harmonie hier. Guck mal, die wissen, wie es funktioniert. Ben, komm mal auch noch ein bisschen mit. Guck mal, der Paulsen macht der Aerobigalle. Wir werden alle sterben. Paulsen muss erst mal sein Gesellsmuskel trainieren. Ich mach mal die Tür jetzt so. Klappe, Klappe. Ja, du bist jetzt alleine. Ja, nice, Leute. Gehst du mal aus meiner Schussball, Dennis? Ja, da ist ein... Hier ist was, hier ist was, Dennis. Ja, da ist ein... Du bist doch ein Sohn, Tobi, Alter. Ey, was, du stehst vor mir, ich war da doch gar nicht. Ach so. Hey, hey, als ob ich dich abschließe. Ich hatte ja nicht Curry. Ja, gut sei Dank. Oh, hinten offen. Ja, alles klar. Klappe oben. Tobi ist machbar. Hammer, Alter. Hammer, die kommen von überall. Boah. Was war das denn? Guck mal jetzt, guck mal auf Tobi. Jetzt wieder da runter plumpste. Guck mal da oben. Ach so. Boah. Jetzt schau doch du, ey. Alter, wir können sofort rausgehen. Der war aber geponnt, ne? Ganz ehrlich. Hä, warum machst du jetzt fetten willst du Curry? Hä, ich hab gesagt, wir können sofort rausgehen, hab ich gesagt. Ach so. Was nehmen wir denn hier für einen Punkt, ey? Ist doch egal eigentlich. Ja, warte mal. Die Map halt, weißt du. Aber Kevin jetzt ein bisschen mehr konzentrieren, bitte. Ja, mach ich eine kratze Map. Das geht so nicht. Boah, ey. Weißt du kannst dich immer nur da in deinem Loch hängen. Hm. Ich guck, wer da die ganze Zeit blinkt, weiß. Das kann nur einer sein. Komm, drück mal D, komm. Drück D, komm. Oh, nice, Tobi. D-Challendoller. Guck, komm, komm. Okay, wer den kriegt. Hä? Hä? Stimmt einfach so. Einmal D gedrückt, weißt du. Echt so. Der Ben weiß gar nicht, wo D ist, aber auf so ne Tastatur. Ey, ich wollte doch grad schon loslaufen, ey. Der Bronz hat aber Google. Ey, mit dem und so loslaufen. Rückwärts oder was? Rechts? Ja, rückwärts können wir nicht immer wieder. Kennst du die Tastatur, wo man nur... Der Bronz hat nur WASD so, weißt du? Kennst du nicht die Tastatur, wo die rückwärts ist, ey? Der Bronz hat nur WASD, den Rest hat er verkauft bei Ebay, ne? Ne, ich denk aber mit S-E-D-F. Hä? Echt? Was ist mit AFD? Der Bronz hat auch immer sein Handy auf, dass er die Tastatur googeln kann. Was? Der Bronz spielt immer mit Sprachbedienung, Alter. Ich glaub Deck 2. Ich glaub Deck 2. Geh längs. Wie? Boah. Der zieht sich da den siebten Sohn, Freund, raus. Hä, den siebten was? Der siebte Sohn? Der Ben, ich saß jetzt mit dem Benso im Auto, ne? Und da haben wir so über Curry gesprochen. Und da meinte der Benso, boah wenn der Curry die Schuhe aussieht, ne? Weißt du noch, Ben hat zwar uns immer das Thema unterhalten, da wo wir im Stau standen. Das ist traurig eigentlich, ne? Bei dem Bronz da oben, da ist glaub ich jemand. Hat der mit dem Teppich? Echt? Da ist jemand, ne? Ah doch doch, ja doch. Hier ist einer. Ok Tobi, save mal grade, ich fahr mit der Kamera. Digga, mann. Er macht hier meine Pose auf. Ok, der hat ein Loch in der Wand, Loch in der Wand. Guck mal, hier der um die Ecke links, ist da einer? Loch in der Wand. Hier unten soll einer sein. Hast du gesehen Tobi, ich habe markiert? Ne, wo? Ach da hinten, alles klar. Der hat ein Loch in der Wand. Rechts. Ne, leg dich nicht hin, der sieht zuerst deine Beine Tobi. Patrick, genau, geh mal bitte vor. Ja unten nicht so da. Warte mal, ich kann hier sprengen, vielleicht geht das. Oh, geht nicht. Deck mich doch. Hey Tobi, was machst du denn? Hey Paisert man. Alter, ich mach das kaputt. Boah. Geht aber weg. Ach Leute ey. Alter. Das sind 5 Leute so auf einem, auf einem Fleck. Das ist scheiße. Leute, ich bin hinter dir. Die Bam, Junge. Nice. Ja, ihr seid doch bigger Fisch. Weiter gehts. Da ist ein Loch in der Wand. Ok. Leute, hör mal zu im Cockpit ist einer. Ok. Von hinten up safen. Bonzo, wir sind nur noch zu zweit. Ne, sind wir gar nicht. War wir, ey Tobi ignoriert. Ne, ich wusste das nicht. Tobi, kommst du zu uns? Warte mal, ich mach den hier oben im Cockpit Blatt. Ok, nice. Super. Wird eh nicht klappen, aber ich geb mein Bestes. Vorsicht, Vorsicht. Gute Einstellung. Super. Ich sag nur, oben im Cockpit ist einer. Wo ist denn das Cock... Ist das hinter mir gewesen? Weiß mal, das sind 3 Leute bei uns. Wir müssen hinten up safen. Lock den mal auf dich dann. Der kommt jetzt, der kommt jetzt auch. Ach krass, der war oben. Nicht hinlegen Bonzo. Heftig. Boah, nein von links. Nicht hinlegen. Guter Tipp. Jo, der... Der ist jetzt im Raum rechts Curry, da musst du aufpassen. Hä? Hä, was willst du denn, Alter? Hä, warum konnte ich nichts machen? Ich konnte nichts machen. Wie Jack the Ripper was los? Wenn der dein Ding macht, dann haut der dein Schild weg, weißt du. Mit Messer kannst du das Schild weghauen. Von vorne. Die gehen drauf wie auf Henry bei Mafia, alle. Ja, die können sich... Die kennen sich doch voll aus hier. Das ist nicht im... Eingespiel. Ne, das ist nicht der, der im Park vermöbelt wird, ne? Doch, das war so... Was, 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 was? Boah, das ist so krass, Alter, ohne Witz, ey. Die Szene ist krass, ja. Aber Mafia 3 freuen wir drauf, ey, Leute. Gibt's LPT, äh, Let's Play. Gibt's... Hat kein Multiplayer, ne? Ne, leider nicht. Schade, ey. Aber das finde ich auch gut, finde ich gut. Ja, aber ich... Klar, guck mal, du hast ja dieses Gang-System da und so. Dass du da Sachen einnehmen könntest, wäre eigentlich geil im Multiplayer. Aber egal. Gibt's im Club auch ein Bang-System? Ja, da ist der Ben ganz... ganz weit vorne. Weiß, bei Mafia aber geil finde, dass Vito Skeletor wieder dabei ist, Alter, ohne Witz. Oh mein Gott, ey. Mafia 3, der übelst so shit, ey. Tockst du auch, Tobi, ne, auf den Channel, oder? Ja, 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 ja. Kann man ja folgende ganze Zeit austauschen, so, weißt du? Ja, ja, genau. Leg ich deinen Kommentar auf meinen Kommentar, so, weißt du... Ja, genau, ey. Mach mal geil. Prank, Alter. 30.000 Abonnenten-Channel auch mal wieder Abos. Guck mal, hier sind... Guck mal, Ben, hier sind... Guck mal, Ben, guck mal. Na, Curry, komm mal kurz her zu mir, ja, dring, dring. Noch in die Wand. Guck mal, Alter, komm mal her, dring, schnell, Curry, ich muss dir was zeigen. Ich hab ein wichtiges Detail in der, komm mal her jetzt. Der kommt nicht her. Ja, weil ich grad hier den Raum absafen mit Tobi. Mann, hier stehen Taschentücher und ein Laptop. Ja, was erinnert dich das? Ey, Tobi, ist das dein Ernst? Curry ist gar nicht mehr witzig, früher war der lustig, ne? Seit er so viele Abonnenten hat, ist er unlustig, so. Und schreit nur noch. Ja. Und tötet seine Team-Member. Gut, dass ich nicht so viele Abonnenten habe, ne? So. Aber das mehr musst du noch dazu, ne? Ja, ich bin, äh... Pass auf, die haben Snipe aufgestellt. Er kommt, äh, Treppe hoch. Vordereingang. Ja, wie soll denn sonst? Soll ich mit nem Jetpack hier reinfliegen, oder was? Oh, Sani, der Heilo, der will lustig sein, ja. GTA Jetpack, oder was? Boah, San Andreas Jetpack. Soll die mal nen Rainbow einbauen, ey? Kannst du so durch die Map fliegen? Kann ich hier rausschießen? Ne, ne, das geht nicht. Doch, durch das Fenster kannst du doch rausschießen. Wo ich hier stehe? Nein. Glaube ich. Kann der auch reinschießen, ne, ne? Doch. Na, ist aber scheiße. Hm. Das war nice. Ich kann da gar nicht rausschießen, oder? Ich hab was gesehen. Markier doch mal bitte. Treppe. Haupteingang. Ja, was ist Treppe? Ja, hier, diese Treppe. Jaaaa. Was schreit der denn immer so? Ich hab doch jetzt gar nicht geschrien, Mann. Boah, wie laut der ist, ne? Der hängt im Ohr drin, Alter, oder? AHHHHHHH Da kommt einer, Dennis, da kommt einer oben die Luke links Voll der Wookiee Oben links ne Luke, genau, lass ihn rein jammern Der muss reinspringen Alles klar man, während Springen in Toto, kleine Sau Warte geh mal weg da Weiß ich, wo ich hin soll, Alter Ja, die Klappe ist auch down Die ist offen Und er haut sauber Nice Mafujuckse, juckse, juckse Die Zeit hat er noch, weißt du? Teil mal bitte, Dings Curry, Patrick Klappe, Kamera ist reingerollt Ich muss hier erstmal zu dem kommen Klappe Patrick, über dir alter, da war ne Klappe, da ist direkt gesprengt, der ist da Dankeschön Dankeschön Schönes Ding Der ist voll, oder? Ja Der ist oben da Alter, über dir Ja, ich flippe doch nicht so aus Hey, was für flipp aus, Alter, ich hab gesagt, du musst aufpassen Ja, das hast du doch schon mal gesagt Ja, dann renn doch nicht noch mal drunter durch, du Mongo, Alter Dennis, der ist auf der Treppe hier, der kommt bei dir gleich runter Da ist Rishi, Mann Ich glaub, der hat Geld Achja Alles Mongos, ne? Nein, 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 nein Jawoll! Jawoll! Ich will hier mal laufen, ne? You whooped me! Steht 2-1, 2-1 ist für die Ja, 2-1 ist doch nix Krass Krass, dass die jetzt gerade so ein Nachteil waren, ne? Ja, gut, die sind auch dumm Ne, ne, Moment, die waren auch dumm Die sind, äh, 2 Leute sind durch die Luke gekommen Plus der eine noch unten lang, obwohl den Tobi getötet hat Der hätte doch davon ausgehen können, dass da noch einer ist, wenn der 2 aus der Luke getötet Ja, die, der wusste genau wo du bist, der wollte dich halt holen Wir packen das, Mann Weißte Wat denn? Wat? Ja, was denn? Was denn? Hä? Weißte, hä? Hast du den gehabt gerade im Hirn, oder was? Der sagt gerade Der sagt gerade Beiste und dann kommt die Achso Meinst du, Alter, was ist mit deinen Ohren los? Ja, zwei Leute haben dich falsch gestanden Nice, Patrick, nice Patrick, nice, einmal reingefallen, gefunden, ne? Echt so Okay, die sind genau da, wo wir auch gerade waren Okay Meinst du, ich kann da was machen mit dem Capitao? Nein Maybe Maybe not Capitao Is delicious Wo will der denn hin, hier? Der ist mit dem Kakao Okay, der ist unten im Cargo Ein, ein Member ist gerade, glaube ich, in das Kakao Einer ist runtergegangen Entschwindet Einer hat sich hier ein Loch auf Kakao gebaut, Vorsicht Oh mein Gott Auf jeden Fall, Alter Kann der Ben mal wieder seine Fistfender empfehlen Was? Was? Fistfender, Alter Die Fistfannen, hör mal Fistfender, Alter Fistfannen Fistfannen, kennst du Fistfannen? Vom Arbeitsabse, oder was? Ach, im Kakao ist auch? Ja Alter, ich fick Im Kakao ist auch Im Kakao ist auch, ich fick Wie er dich rackt denn da unten? Leute, kann man hierhin kommen? Zu mir, bitte Ich bin oben beim Cockpit gerade Ich hab den Im Schach Halt den Schach Schach Mann, ey Ah 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 Nein! Doch Sehen den Tatsachen ins Auge, Ben Oh, unten sind zwei Vorsicht Hm Ach, da wär nur einer Ja Was haben die denn hier überall zugemacht, Alter? Wo bist du denn? Da sind zwei, Tobi, ne? Unten Hier, wo ich gerade bin? Ne, weiter vor... Genau da Warte, warte Fuuuuh Da ist noch einer? Ftttttt Der könnte links um die Ecke da vorne sein, auf der Treppe, weißt du? Da war der eben noch Genau, geradeaus nach links Pass auch links auf, pass auch links auf, pass auch links auf, pass auch links auf, links Hier? Ja, ja, links auf, gucken Ne, der ist auf der Treppe Das ist, glaub ich, safe call Ja, der spielt im Gegnerschen Team mit, oder? Ne, das war letztes Mal Genau, links, jetzt oben die Treppe, Vorsicht Pass auf Tobi, wenn du hoch gehst, der kann hinter dir durch die Wand schießen, ne? Vergesst es nicht Ja, da haben die auch ein Loch Na eben Genau, lunch hast du deinen Vorteil Das Ding hab ich doch kaputt gemacht Oh Gott Boah! Nice, Alter Ohne Witz Diese Scheiß springt man, die sieht man einfach nicht mehr Tobi, nice Ich muss meinen Namen noch, weil Im Cockpit ist noch einer Oben ist das, ne? Ja, ja Klar Genau, gute Idee, geh hoch Nice Tobi Messer den, messer den Yeah Okay Tobi, sag mal, wenn du da bist Er liebt noch Wäre jetzt Eier, wenn der Tobi den Curry erschießen würde und das alleine retten würde, ne? Boah Schichelt der, oder? Ne, Spaß Amara über dir Tobi Ach Gott, okay, was machen wir? Alter, von unten kommt einer Packste Curry, packste 1,20 hast du noch Der ist hier gar nicht mehr, alter Der ist hier gar nicht mehr, alter Kannst du mal einen Funkspruch absetzen, vielleicht kannst du eine Verstärkung Könnte auch sein, dass Tobi den gerade gekillt hat, als er nach unten gegangen ist Den Curry Der Lieblingsgespräch, Wort, ne Curry? Mhm Bloch rechts, vorsicht gleich Loch rechts, vorsicht gleich Wie viele haben denn noch gelehnt? Einer, oder was? Ah, okay. Dass der dich gehört hat, krass, ne? Nein, Mann, Mann. Dorotheker. Können wir einen Puls nehmen, ey? Nicht schlecht. Ah, okay. Der Puls ist weg. Kannst du auch haben. Nö, nö, nimm ruhig, Koffi, du bist ja ... Ok, Leute, 1 zu 3, ne? Machbar. Auf jeden Fall. Honkinator. Deutscher Kraut. So. Let's go. Geh die Fahrt. Hooray. Die Fahrt geht ab, denn wir sind Curry, ab auf die Bahn. Curry, bist du schon mal im Freimarkt gewesen? Freimarkt? Ja, aber das ist ja im Freimarkt. Du musst im Bett fragen, ne? In Bremen, aber das ist ja auch im Freimarkt. In Bremen, aber das ist ja auch im Freimarkt, ey. Ben hat Bremen eigentlich noch mehr Einwohner außer dich selbst? Ja, jetzt, ja nicht mehr. Jetzt haben die Müll quasi. In Bremen ist, in Bremen ist aber nice, ey. Echt? Reicht hier noch zwei Wände haben? Ich war noch nicht in Bremen. Doch, Tobi. Es ist halt schon echt nice, ne? Wo willst du Wände haben? Ne, kriegst du nicht. Schade. Kannst mich ja wieder erschießen. Kann ich auch übernehmen, Tobi. Also im Curry. Schieß nicht, komm. Achso, ja, genau. Ich will ihn nicht erschießen, Tobi. Auch für den bösen Witzen. Wir packen das auch hier. Ey, Dennis, Mann. Vielleicht hab ich dir dadurch aber auch noch mehr Abos beschert. Ja, aber Abos sind nicht die Welt, ne? Doch, klar. Abos und rumschreien. Da ist Curry jetzt ganz in Ruhe. Keiner ist bei A gerade, ne? Ne, da geh ich da hin. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Lass diese Map. Ist auch mit dem Fenster und es kann sein, dass die reinballern. Komm mich mal, Allah. Okay, Leute, komm. Kommst du? Dennis, oder bleibst du da? Ich komm, ich komm, ich komm. Egal, wenn du die hier hingestellt hättest, direkt. Entschuldigung, Ben. Wohin soll ich das stellen? Genau hier in die Tür. Von innen. Ah, ich kann. Von der Seite, von der anderen Seite. Ja, ja, ist doch egal. Ist mir egal. Ja, komm. Also sieht man das halt. Aber oben ist, oben ist einer. Komm, von oben. Ja. Ah, fuck. Mann, ey. Ist wohl auch einer, oder? Kann man hier eigentlich die Lüftung auch anmachen? Ne. Ach, da ist ein Loch, Paddy. Ich sag da doch. Hm. Einer kommt gleich da, wo das Loch ist, Tobi. Oh, okay. Ist da einer Curry? Ähm. Quatsch, die Action. Alles klar, du. Horst. Pass auf, Dennis, oben die Luke. Dennis, die Luke oben. Pass auf. Ja, ich bin wirklich. Ja. Super, Dennis. Alright. Matthias. Aha. Was? Nice, Patrick. Wo, wo hat der? Ein Sniper? Ich glaub's ja wohl nicht. Sniper wo? Draußen, oder? Ja, der war an der Tür, aber irgendwo. Ach, klar. Die Puzzle ist nice, Patrick. Die Puzzle ist nice. Boah. Nice. Oh, bei dir, Patrick. Klappe. Geh da weg, Alter. Auf, wenn du da rum bist. Bleib da, Ben. Bleib da, Ben. Bleib da, Ben. Wie bei Ryanair. Die wollen nicht ablenken. Die wollen nicht ablenken. Ja, A. Oder was? Ja, A. Oh, das andere in eine Falle gerannt. Komm wir hier durch. Ich geh durch, warte. Go, go, go. Vorsicht. Nicht dass einer von hinten runterjumpft, ne? Geh du ins Loch gehst, äh, der Klapper, Ben! Ja. Rechts. Ja. Alter, ich hab's schon geschossen. Vielen Dank für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Freunde. Tschüss. Andern und Ciao. Hallo. Checkt man es nicht. Die sind zu schnell teilweise, ne? Aber wir sind auch so dumm und rennen claimen was und so. Ja, ich seh das nicht. Tunus war Russ bekannt. No! Achillas. JA auch Neia быть. Engrah. Äh, wir sind passt. Mach. V filter. White lasci Perfuge 거halten in esas 4-5-6- settings. Und jetztом machen wir die ganze Zeit. Es salt. Engrah. subsidios.